Endlich dürfen wir uns am ersten Weihnachtsfeiertag wieder auf die Helene-Fischer-Show freuen. Wie die Schlagersängerin bei Wetten das verraten hat, stehen die ersten Gäste fest. Kultsängerin Nena ist mit von der Partie. Auch auf sie dürfen wir uns freuen. Beth Ditto. Sie ist die Frontfrau von Gossip. Laureen bringt ESC-Flair mit in die Schlagershow. Außerdem begrüßt Helene Peter-Maffay und Emily Sondé. Zu guter Letzt dürfen Eurythmics-Mitglied Dave Stewart und die Band Simple Minds nicht fehlen. Am 25. Dezember wird die Show dann um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.